So, mal sehen, ob wir hier ein bisschen... Wir sollten nicht fliehen. Nicht fliehen. Nicht der große Rubin. Haha, vorbei! Das wird jetzt auch nicht wirklich großartig taktisch hier im Moment agieren. Das würde nur wieder viel zu viel Mana rauben. So, noch mehr von den Peppers? Ne, mehr magische Kraft. Ich hab jetzt aber nicht vor, Magie zu wirken. Ne, im Ernst? Muss jetzt müssen. So, ein Schuh erledigt jetzt hier noch den Scharfschützen hier. Läuft. Daumen hoch! Also, machen die nicht, müsst ihr machen. Kommst du mit? Ach ne, der kommt ja nicht mit, ne? Okay. Da steht er lieber vor so ne Kiste und freut sich. Wie sie sich da Augenlöcher gemacht haben, ne? Für die Mütze. Uuuuh. Das ist verharrt. Ein bisschen kommt mir so vor, als wäre ich schon überlevelt. Auch nur so ein bisschen. Da auch der Kampffler ist auch nicht so das schwierigste, ne? Vielleicht nehme ich ein paar Gegner zu viel mit. Ich bin mir nicht sicher. Aber sie gibt so schön viel Erfahrungspunkte. Deswegen, ne? Tach. Kannst eh nichts ausrichten. Aber hey, du hast da ne Kiste und an die will ich ran. Und du stehst halt leider im Weg. Ach so. Ach so. Darf auch noch schießen. Mach 5 Damage. Ja, wir gucken mal, wie sich halt der nächste Bosskampf auswirkt. Ja, ob ich denn wirklich überleveled bin. Das kommt halt davon, wenn man sich halt umguckt in einem Spiel. Man sieht Spiele plötzlich sehr, sehr simpel. So, hier haben wir so ein Teleport-Dingens. Hier müssen wir so einen Sprungschlüssel. Wir können sagen, wir haben es aktiviert. Yay. Könnt ihr zurückgehen und speichern, aber nö, wir gehen hier einfach weiter. Der Wald der Toten. Was sieht hier einladend aus? Okay, gut. Lassen wir die Falle mal zuschnappen hier. Blümchen, Blümchen! Ihr elenden Diebe, ihr wollt die letzte Gabo-Pflanze in meinem Wald. Wir brauchen sie, um mein Dorf zu retten. Ist das dieser Schafskönig da? Nicht zu verwechseln mit dem Schafskäse? Oder halt der Geist von dem Schafskönig? Ich hab keine Ahnung. Ähm, ja. Greifen wir mal an, ne? Mal gucken. Kritisch bitte. Niederschlagen. Na gut, 25 Schaden, das geht. Auf ihn geht das. So, Zauber. Macht das mehr Schaden? Ich glaube nicht. Wir nehmen mal den Malenglanz. Kritisch bitte. Magisches Schwert des Glanzes 2. Zwei. Zwei und einen Rund. Wir wissen nicht, wie viel das jetzt ist. Zauber. Feuer 2. Ich glaub, wir haben noch die Mitte getroffen. Bin mir nicht ganz sicher. Gut, wir sind noch nicht überlevelt. Der ist nicht in der ersten Runde da. Okay. Gegenstand. Eilen. Ähm. Haben wir nicht sowas hier? Halt die ganze Gruppe so ein bisschen. Schäfer 81 MP wieder her. Stellt. Stellt bei 51 TP wieder her. Mach mal. Schäfer 81 MP wieder her. Dann muss ich mir merken, Lichtkristalle und Schattenkristalle sind für Mana und Dingens und Lebenspunkter. Die muss ich dann nicht verkaufen. Aber als Ohr. Andere Zollschubkristalle brauche ich nicht. So, Zauber. Schatten. Funktioniert ja auch heilig gut. Zauber. Ähm. Glanz. Glanz. So. Oh. Okay, okay, gut. Hätte ich mir denken können, aber, ja. Man muss es ja mal ausprobieren. Damit man dann sowas in der Zukunft dann wieder macht. Oh. Ich habe auch Glück gehabt, dass ich immer kritisch getroffen habe. Ich war nett zum Boss. Ich habe ihn geheilt. Mann. Okay. Er hat ein Gaboblatt. Nur ein Blatt. Statt ihm die Samen mitzunehmen, woanders anzupflanzen, wo es nicht ganz so gefährlich ist. Der war auch eine lange, anstrengende Reise. Vom Dorf bis hierhin. Pschu. Wir müssen schnell nach Lagen zurück. Gut. Springen. Mit springen kommen wir in 0,10. Wir kommen. Haltet durch. Hier bitte nervige Stimme einfügen. Ja, komm. Wir speichern. Wir hatten jetzt schon relativ lange niemanden gespeichert. Deswegen, ne? Kann man ja mal machen. Das hat es ja keine Stunde. Das ist für mich untypisch. Ja. Nein. Hier. Darüber. Springen. Nach Lago. Yeah. Dann werden wir es alle heilen. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Bin wieder da. Wer noch? Wo geht es denn hier runter? Verdammt. Wer baut denn ein Dorf so? Tag. Na, Kinders? Was geht ab? Maro, mach schnell. Oh, ne. Dann kann ich mir nochmal Zeit lassen. Jetzt werden Mama und Papa alle und alle anderen im Dorf geheilt. Ja, nö. Ich gehe nochmal. Tschüss. Da ist eine Kiste. Ich habe sie nicht gesehen. Ach ja, das war die verschlossen. Gut, ich habe sie gesehen, aber sie war auch verschlossen. Mama, Papa, wie fühlt ihr euch? Gebt es euch schon besser? Langsam, Manomaro. Klug sagte, die Medizin wirkt über Nacht. Wirklich? Dann sind morgen früh wieder alle gesund, ja? Bist ihr sicher? 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 Man muss nur ganz fest daran glauben. So schlafe ich auch immer. Mann, das gibt einen blauen Fleck. Auf dem Bauch. Klug? Giro? Hallo? Wo sind die jetzt alle hin? Klug und Giro sind nicht hier. Wo könnten sie sein? Hm. Nein, sie sind nicht da. Dann werde ich mich wieder schlafen. Nein, komm, weg, geht raus. Auch wenn Manomaro da rumliegt. Manomaros Haus. Erste Tal. Was haben wir denn hier? Du hast die Schubfächer untersucht. Und findest Gegenmittel. Geil! So, was haben wir hier? Nichts. Hier. Im Ofen haben wir Gegenmittel. Fragt sich nur, ne? Gegenmittel. Gegen was? Gegen Gift. Ja, gut. Opferaltar. Nö. Gut. Gehen wir weiter nach oben. Hallo. Der Zubehörladen. Ich finde keinen Schlaf. So sehr ich mich auch bemühe. Ich habe Angst. Und dennoch kann ich den Morgenkampf erwarten. Alles klar, Zubehörladen. Vielen Dank. Für diese tolle Info. Haben wir noch jemanden, der heißt Zubehör beladen? Nein. Okay. Gut, äh, wo ging es denn hier runter? Oder? Flattermäuse! Alles schönen Abend. Nicht viele Leute und Felix. So lange konnte ich keine frische Luft atmen. Hm? Du erkundest dich nach deinen Freunden? Hier ist keiner gewesen. Sollten sie nicht drüben beim Rathaus sein? Na dann, äh, wo geht es denn hier runter zum Rathaus? Verdammt. Ich verstehe nicht so ganz, wie das hier alles wirklich aufgebaut ist. Ich weiß, wir sind schon unten. Ah, da ist eine Treppe. Eine Treppe, die ich gut mal sehe. Was war das? Achso, das war das. Das leuchtete so komisch. Das hat mich irritiert. So. El Rathaus, El Grande. Ist hier im Brunnen was? Zehn Gold. Ist hier im Brunnen was? Nein. Okay. Guten Tag. Aber es ist gut. Alle schlafen ganz ruhig. Du schläfst dagegen offenbar schlecht. Naja. Du schläfst ja auch nicht. Du bist aufgewacht und ich war, nun ja, besorgt. Danke. Ich habe große Angst. Angst? Ja, vor dem Morgen. Weil wir dann herausfinden, ob das Medikament gewirkt hat. Hm. Ich war vielleicht acht Jahre, als mein Vater die Leute behandelt hat. Was ist, wenn ich es mir falsch gemerkt habe? Alles wird gut. Als Manomaru unbedingt hören wollte, dass alles gut gehen wird, dachte ich nur, und wenn nicht, plötzlich begriff ich, dass das Leben dieser Leute von mir abhängt. Dieser Gedanke lässt mich jetzt nicht schlafen. Aber du musst wenigstens ein wenig schlafen. Sie werden morgen immer noch Hilfe brauchen, wenn das Schlimmste vorbei ist. Nett von dir, Giro. Ich mache mir einfach Sorgen um dich, weißt du? Danke. Du versuchst immer, allein klarzukommen. Ich meine, wenn andere da sind, wein ruhig, wenn es dir hilft. Dann kann ich... Du hast recht. Du weinst manchmal, wenn du allein bist. Was? Ich trauge dich. Shu hat es mir gesagt. Er wusste davon. Tränen können deinen Schmerz lindern. Wein ruhig, so viel du willst. Oh, Giro. Vielen Dank. Mhm. Mhm. Ich fühle mich wieder wie zwanzig, Schatz. Ja, viel besser. Aha, ich fühle mich wieder wie zwanzig, Schatz. Ich strotze vor Energie. Am liebsten hätte ich noch ein Kind. Liebling, du bist ja wild. Tanz an mir, den Tanz der Freude. und auch, das ist wahr, aber auch unser Kind. Gut gemacht, Mannumago. Danke, 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 danke! Ich danke euch vielmals. Tanzt, Freunde, zeigen wir unsere Dankbarkeit. Ich weiß, warum ich nie Freudentänze mache. Wenn ich dabei dann so bescheuert aussehe, dann mache ich dann darauf keinen Freudentanz mehr. Ich bin ein YouTuber, holt mich hier raus. Verdammt. Okay. Ich halte mal hier die Schlange auf, ne? Komm, teufzen wir uns. Ne, ich halte hier alle auf. Mal sehen, was dann passiert. Ob du deine Xbox abschmiert? Ob die sich wieder automatisch einreihen? Ich glaube nicht. Ich glaube, da wird für immer eine Lücke bleiben. Obwohl, ja doch, okay. Ähm, ja gut. Ähm, was sagst du dazu? Vielen, vielen Dank. Für alle seid ihr heute und es freut mich zu dir. Kommt zu, wenn ihr was braucht. Wir werden alles tun, um euch zu helfen. Äh, okay. Habt ihr denn jetzt irgendwie hier neue Kisten oder sowas, die ich mal durchsuchen kann? Nein? Gut, dann, ähm, ich geh da mal, ne? Nette Party, ja. Aber ich mag eher Party, wo auch ich tanzen kann. Manomaro, meine Güte, komm mit. Was ist das? Ich hab da auch reingefischt und 10 Gold gekriegt. Äh, sieh genau hin, Manomaro. Ich glaube, das Zeichen sieht genauso aus wie das des Bohrers, den dir der alte Mann gab. Äh? Äh? Äh, jetzt tatsächlich! Dann ist es also doch Menes schuld, dass die Menschen im Dorf krank sind. Das Schwein! Das soll er bühen! Er hat's nie bestritten. Manomaro, überlass uns den Rest. Hm? Hey, er muss dafür bezahlen, was er unserem Dorf angetan hat. Manomaro, komm mit! Hä? Seine Eltern sind doch wieder gesund. Deine Arbeit ist getan. Was kann man mehr wollen, als dass es der Familie gut geht? Kekse? Dieses Mal wird Manomaro euch helfen! Was? Nimm Manomaro mit! Nur Manos Dorf wurde gerettet. Das ist nicht richtig! Okay, gehen wir! Okay, wo gehen wir denn jetzt am besten hin? Ich hab keine Ahnung. Oh, die haben hier auf jeden Fall eine mega fette Party immer noch. Das Höhengebirge ist der Wolfpack. Sollt euch gut auf die Reise vorbereiten. Das Höhengebirge? Um das Höhengebirge zu heilen, müsst ihr nach Norden gehen. Hört vorsichtig! Ach, dann müssen wir da laden, ja. Okay. Ähm, jetzt würde ich aber tatsächlich nochmal ganz kurz oben gucken, ob wir denn jetzt ein Zubehörladen haben mit tollen neuen Items oder so. Ich mein, ich glaub' ich glaub' ja nicht, aber vielleicht haben die irgendwie so als Dank oder so mega Platinplatten Rüstung des Todes dabei oder so. So, was haben wir denn? Kaufen? Nein, Schrott. Okay. Gut. Schön, dass wir darüber geredet haben. Okay. Okay.